Als Zoom werden Objektive bezeichnet, die unterschiedliche Brennweiten haben und die sich variabel einstellen lassen. Lange Brennweiten, auch Teleg genannt, haben den Vorteil, dass du weit entfernte Objekte heranholen kannst. Je größer die Brennweite, desto dichter wird das Objekt dargestellt. Allerdings steigt bei langen Brennweiten die Gefahr von Unschärfen durch das Verwackeln. Zudem wird die Lichtstärke, also die Lichtdurchlässigkeit des Objektivs, mit zunehmender Brennweite schlechter. Sehr gut geeignet sind diese Objektive für Sport und Tieraufnahmen. Das Gegenteil einer langen Brennweite ist eine kurze Brennweite. Diese werden auch oft Weitwinkel genannt. Wenn du gerne Landschaftsaufnahmen machen willst, dann sind diese Objektive genau das Richtige für dich. Aber auch sie sind nicht perfekt. So krümmen Verzeichnungen gerade Linien im Bild und Porträtaufnahmen werden seltsam verzerrt wiedergegeben. Dafür ist die Verwackelungsgefahr geringer und du kannst einen sehr großen Bildbereich abdecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weiter geht's ... ... ... ... ... Vielen Dank.